Was hat für das WICAM gesprochen aus Ihrer Sicht? Die Zusammenbearbeitung mit den Räddern, mit unserem ERP-System. Und WICAM im Grunde ist ganz einfach. Wenn normale LKW bereits hoffnungslos überladen sind, fängt für die auf Schwertransporte spezialisierten Trailer der Firma Brosseus aus den Niederlanden der Spaß erst an. Zur Produktion der Trailer installierte Brosseus 2018 eine Hightech-Fertigung mit einem Remat-Lagersystem und Matzak OptiPlex Fiberlasermaschinen 6.0 und DDL 4.0 der neuesten Generation. Für das Abkanten nutzt Brosseus Software und Maschinen von LVD. Die Fertigungssteuerung und die automatische CAD-CAM-Nesting-Programmierung übernimmt WICAMs PN4000 in Kombination mit dem ERP-System RIDA-IQ. Als zentraler Baustein der IT-Prozesskette erhält das PN4000 bereits vor der eigentlichen Produktion die geplanten Fertigungsinformationen und gibt an das ERP-System RIDA-IQ die nötigen Informationen bezüglich erforderlicher Material- und Zeitkapazitäten für die Vorplanung. Hierzu kommuniziert PN4000 in Echtzeit bidirektional mit dem Remat-Lager. Bei Auftragsauslösung erhält PN4000 dann die abgewickelten Blechteile von LVDs CAD-CAM-B, schachtelt die Aufträge nach Termin, Priorität, Materialarten und weiteren Fertigungskriterien. Das Remat-Lager- und Transportsystem erhält den Fertigungsplan von PN4000 und übernimmt in Kooperation mit den Lasermaschinen die komplette Roh- und Fertigtafellogistik bis zur Übergabestelle an die Kantbänke. Mit jeder fertigen Tafel meldet PN4000 die geschnittenen Teile an das RIDA-IQ zur weiteren Bearbeitung. Geschäftsführer Robin Krohn WICAM verhilft uns mit der Verknüpfung von IT und Produktionsmitteln zu maximaler Effizienz, Produktionsgeschwindigkeit und Flexibilität. WICAM verhilft uns mit der Prozess von IT und Work-Urg-O WICAM verhilft uns mit der Verknüpfung von IT und Mod muscularen. Spannungen auf den Verknüpfung von IT und Programmer. Untertitelung des ZDF, 2020